Nein, nein. Wegen deiner Ferderschwanz war ich nur bei dir trotzdem war der sexy. Yo Leute, was geht da? Ich bin hier gerade in meinem Zimmer und dachte mir, Rami Digi, du hast wieder lang kein Video gedreht und immer wieder ein Video. Und deine Leute werden tot und du wirst tot und dein YouTube wird tot. Spaß, auf jeden Fall, Leute, ich habe mir was überlegt. Ich habe eine Woche kein Video mehr gedreht. Was ist los mit dir, yo? Deine Leute schreiben sich auf Insta direkt und sagen, was ist los, Rami, Snapchat, was ist los? Überall. Das Ding ist, Leute, vor drei, vier Monaten war so ein Trend auf YouTube, WhatsApp, Chatprank. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt oder keine Ahnung. Ja, ich habe so eine perfekte Lage gerade dafür gefunden. Gestern kam Mimo sein neues Album raus, namens Kiki. Und da gab es ein Lied, die es hieß wie Falco. Das ist krank, das passt genau zu das Mädchen, was ich kennengelernt habe. Deswegen verarschen wir sie jetzt einfach und das hat sie einfach verdient. Ihr seid einfach mit dabei, also ihr werdet mit einem Video checken, was ich meine. Ich weiß, ihr seid behindert und checkt das bis jetzt auch mal nicht an alle, die neu dazukommen oder die die Videos noch nicht gesehen haben. Und ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video hier. Ich bin Männer, ich bin nervös gerade und bin richtig aufgeregt. Gucken, was ich schrei, Junge. Also ich kann nach dem Video schon mal sagen, dass ich mit diesen Mädchen keinen Kontakt mehr haben werde. Und sie auch nie wieder, glaube ich. Weil das ist vorbei, Digga. Bis gleich. So Leute, ich habe diese Person unter Punkt und Punkt eingeschweichert, weil es hat mehrere Bedeutungen. Also ihr wisst selber so Punkt und Punkt, was das heißt. Ich weiß nicht, an alle Charukan-Fans da draußen, diese ganzen Mädchen. Ich weiß ganz genau, dass ihr um 23 Uhr an Freitagen mit euren Boys und Jungs mit euren Girls schreibt. Punkt und Punkt, Herz, Habibi, Mabibi. Ich weiß, deswegen spreche dich immer unter Punkt und Punkt ein. Ja, so bin ich halt. Auf jeden Fall fangen wir direkt an und los geht's. So Leute, ich fang direkt an mit. Das ist so, ich hab's jetzt geschrieben. Ich weiß nicht, wie diese Person reagieren wird. Aber wir warten erstmal ab. Ich mach immer, glaube ich, Cuts rein jetzt, weil ich glaube, bis sie online kommen, Alter, drei Stunden. Sie schreit, sie schreit, sie schreit. Sie schreit auch so viele Fragezeichen, Leute. Ähm, warte. noch mal so leute sie ist immer noch online das hat man nicht gesehen dass sie ist immer noch online ich konnte auch hoffentlich klar leute wenn die nur wüsste während dieser sache steckt und wenn ihr das video sehen wird oh mein gott ich bin nicht die nachrichten von ihr sehen ich schreibt was willst du ich will hoffe ich will nicht mehr drehen es reicht action kartiger ich will nicht mehr drehen ich will nicht mehr drehen jetzt schreibe ich warte gucken wie sie jetzt reagiert leute oh shit oh shit oh shit das mädchen ist echt heftig gewesen das muss man echt sagen man das muss man echt lassen sie schreibt das ding ist online die ganze zeit die warte auf meine nachrichten was für ein habibi du bist ja guck mal das ding ist so daran erkennt man so ob man noch wert viel oder so weißt du so ob man das noch wert ist so wie lange du kennst diese menschen die so lange schreiben digga ich hasse das ich hasse das am ende kommt so ein ok ich schreiben drei stunden schreiben am ende ok mit ausrufezeichen ich höre nicht deine stimme wo ist der sinn wenn du mir schreibst mein ich meinst ich erkenne dich ich schwör das ding ist leute an alle bremer oder keine ahnung in dem dorf wo ich liebe lebe das mädchen war in der hache schule digga hache schule ist bei uns so eine schule wo die schüler damals mit einem bus von zuhause abholen gemischt worden würden ihr wisst was ich meine mein deutsch aber ihr wisst was ich meine auf jeden fall die mussten morgens mit dem bus abholen werden weil die so dumm waren um zur busherstelle zu laufen und wurden von der schule abholten da rausgefahren das heißt das war so quasi taxi da waren eine so richtig behinderte schüler und das mädchen gehört einfach dazu digga die ist echt das ding sie war dumm aber auch richtig hübschmann ist auch nicht geworden nein digga das video sieht wird richtig was mache ich hier aber nach youtube wie schreibt man das weiter gefährt wird gefährt wird aber nach nie wieder hat man sie dann immer noch in einem hätte ich will jetzt es glaube ich das war dort endungs video ich weiß nicht mal so leute ich glaube das ganze wird einfach zu übertrieben und der text von nemo war einfach ufff ich weiß nicht was soll ich dazu sagen was das ist jungen genau ich kuckottomber nebst ich bin nicht mehr oh mein klang das sind solche leute das sind richtige bitches no 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 man no take the video yes man no man is not the video what do you want from me man what are you what Baby nein, baby nein, baby nein nein, nein 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 keine Zeit für dich, keine Zeit für Libby Yalla baby yalla baby bye bye Baby nein, yeah, Falco, es ist das Sevi Das ist Amadeus 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 Ah du machst den Texophonie Rapper als Amma beim Chatten Cimma, 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 du musst kurz dein Leben kurz schreiben, ich fahre kurz zum Mädchen Ich bin dabei Ja, das ist schon seitdem Immer noch nie, immer noch liebst du sagst, achte, achte Ey Leute, ich glaube nach diesem Video hier, dass Mädchen, sie wird suchen, wo ich wohne, sie wird mein Haus durchsuchen Nee, 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 immer nur du wirst niemals einen Mann haben Warte, ich erzähle gleich, Digga, warum schreibt die so lange? Mann, ich habe immer so richtig Schiss, wenn ein Mädchen so lange geschreibt, ich verstehe das, kennt ihr das Leute, wenn ein Mädchen so lange geschreibt? Das ist was Gutes, Bruder Nein, Digga Doch, Digga, das ist was Gutes, weil ich weiß warum, die schreibt, die löscht wieder, die weiß nicht, was ich schreiben soll Und immer noch liebst du, oder sehr oft, wenn du denkst, an so einen Hurensohn? Oha Oha, ich fick ihr Was hat die geschrieben? Das ist so ein Hurensohn, immer noch liebst, oder sehr oft an mich denkst Aber sie meint ja nicht dich Doch Mag ja sein, dass du mich echt geliebt hast Äh, nein, immer noch liebst du, sehr oft an mich an den Ding Digga, ich weiß gar nicht, Hurensohn, weil ich weiß nicht, Junge, Junge Jetzt nehmt ihr einen Part aus dem Text, dass ihr richtig hoch nehmt Baby, bitte ich ja auch an deine Stelle, nach diesem wunderbaren Text Jetzt kriegt ihr die Bestätigung Ich mach das zum ersten Mal, da sind gerade richtig viele Sachen Da muss ich schneiden, da muss ich gucken, da muss ich gucken, deswegen richtig kopfig Ähm, was soll ich dazu sagen, Leute? Baby, wen interessiert das? So, warte Warte Wunderbaren Sex Sex, Sex Was, du bist zwei Hurensohn, Digga, was willst du denn? Immer nur du bist und wirst niemals ein Mann Aber wenn du doch so ne anständige Frau bist Die für mich zu schlau ist, sag mir dann, warum du bleibst Ja, wenn du Hast du das gehört? Was? Du sprichst ein Kind Was soll ich machen? Soll ich niemand rufen und sagen, niemand, Digga, mach mal anderen Text Ich dachte, kannst du die ficken Hör herzu Ja, wenn du wirklich so stark bist und nicht aufgehst, sag mir dann, warum du stundenlang so hässlich weinst Nein, nein, wegen deinem Fertigschwanz war ich nur bei dir trotzdem war der Sex Schleif Das ist vorbei, Digga, das ist vorbei, genau Du hast echt vorbei, ich bin echt rot geworden, Digga Alter, ich bin echt rot geworden, Digga Ich bin echt vorbei, ich bin echt vorbei, das ist vorbei Hüge, wer ist das? Du machst da irgendeinen Scheiß, was du nicht machen darfst. Wenn dann keine Ahnung, weil ich lach trotz auf YouTube hoch, denke ich. Aber ohne, dass man weiß, dass das nicht das ist, ne? Ja, natürlich so. Natürlich, das habe ich gemacht. Egal, Leute. Wegen der Fähne schon mal sage ich nur bei dir trotzdem. Ich habe mir gerade das geschrieben. Hältst du zu? Sie belohnt, ich komme auf ihr Face. Sie denkt, sie ist mein Babe. Dabei schiebt sie Hate, denn ich komme nicht zum Babe. Lieber würde ich was von deinem Vater im Face haben, als von dir, du Hurenso. Ey, Jo, jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Es reicht. Es reicht. Jetzt gesprengt. Es reicht. Jetzt gesprengt. Das war echt einer zu zweit, Digga. Wenn ich dich einmal irgendwo in Bremen sich finden, Junge, ich fette mein Kopf und Brottschein rammen. Du, keine, wirst du kaputt. Wer ist das überhaupt? Wie sieht die aus? Ich zeige dir nach dem Video, Leute, deswegen kann ich das nicht preisgeben. Wenn ich dir in die Bild zeige, dann... Ich habe sie eigentlich verdient, dass man sie zeigt, was so eine Bitch die ist. Na, hallo, Anzeige, Isi Dabra. Ja, das stimmt. Isi Dabra. Auf jeden Fall, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr unter euch ein Video sehen wollt, dann ihr wisst, was es tun ist, kommentiert unter dem Video. Und ich habe mal sagen, Rami, ich repräsentiert. Tiki, abonniert, abonniert. Nicht vergessen, Leute, unten rechts könnt ihr abonnieren. Und Snapchat-Namen. Ja, Snapchat-Namen. Ja, Snapchat-Namen. Rami, unterstrich, Kogmatz. Nein, falsch. Rami, bindestrich, K-M-A-Z. Ich mache jetzt noch mal so ein... Ich mache euch auch. Ich heiße Dope-Schless, Dope-Schless-19. Dope-Dope-Schless. Danke schön, Ende, liken, wisst mich schon, Instagram, das ist ja Snapchat. Habibis, auf jeden Fall. Ja, ich bin der Rogen. Rami, mich hier präsentiert. Habibis, Habibis, Habibis. Ja, ich bin der Rogen.